Die Windows-Benutzerkontensteuerung kann manchmal schon nervig sein, gerade wenn man ein Programm, das Admin-Rechte benötigt, häufiger starten muss. Doch ihr könnt die Benutzerkontenabfrage mit einem kleinen Trick für einzelne Programme auch einfach umgehen. Hierzu öffnen wir die Windows-Aufgabenplanung und erstellen eine neue Aufgabe. Wir wählen einen passenden Namen aus und merken uns diesen, denn wir benötigen ihn später noch einmal. Außerdem müssen wir ein Häkchen bei »Mit höchsten Privilegien ausführen« setzen. Auf dem Reiter »Aktionen« wählen wir als Aktion »Programm starten« und unter »Programmskript« die Anwendung, die wir starten möchten. Jetzt legen wir uns noch eine neue Verknüpfung auf dem Desktop an. Hier geben wir als Speicherort des Elements folgendes ein. Er setzt hierbei die Zeichenfolge innerhalb der Anführungszeichen durch den Namen, den ihr in der Aufgabenplanung gewählt habt. Wenn ihr den gesamten Vorgang detaillierter sehen möchtet, dann klickt auf das Video am unteren Rand dieses Videos hier. Wenn wir uns noch ansetzenë sehen, dannst wir uns noch ein paar Bilder und klickt auf den roten caughtplatz. Wenn ihr in der compounds